Wie kann mein Arbeitgeber von mir ein BEM, ein betriebliches Eingliederungsmanagement, fordern, wenn ich gerade erst krank bin, wenn ich sogar noch im Krankenhaus liege und ist das vielleicht entscheidend, ob der Betriebsrat da mitmacht und was die Krankenkasse dazu sagt? All diese Fragen heute im Video und wie immer gebe ich dir am Ende noch ganz praktische Tipps, wie du mit einer solchen Situation umgehst und sage dir vor allen Dingen, was du nicht machen darfst. Einen Fehler, den du auf keinen Fall machen darfst. Aber schauen wir uns mal die Zuschauerfrage hier dazu an von Bambuli1907, Bambuli1907, schreibt hier Knochen, Trümmerbruch mit Bänderrissen, 12 bis 36 Wochen Prognose, Geschäftsführer, Betriebsrat und Abteilungsseiter informiert, alles super gemacht. Arbeitgeber sagt, kein Problem, wird erstmal gesund. Krankenkasse sagt, sitzende Tätigkeiten sind zumutbar. Der Betriebsrat sagt irgendwas von BEM, trotzdem vom Arbeitgeber und der Krankenkasse BEM gefordert. Sind gerade mal drei Tage seit dem Unfall und liege noch in der Uniklinik. Das ist ja wirklich ein krasser Fall. Da geht, glaube ich, einiges schief. Ich weiß gar nicht, was die Krankenkasse da jetzt im Moment will. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da jetzt arbeitsfähig ist. Für mich ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich jetzt nicht genau die Tätigkeit weiß. Aber allein die Schmerzen dürften doch so sein, dass man da überhaupt nicht arbeiten kann. Also das verstehe ich nicht den Fall. Ich würde mich, wenn das von der Krankenkasse hier nicht, das Verhalten nicht geändert wird, unbedingt sofort an einen auf Sozialrecht spezialisierten Anwalt wenden. Das machen wir nicht hier. Ja, wir sind die Arbeitsrechtler. Ich beantworte diese Frage jetzt mal aus der Perspektive des Arbeitsrechts. Zunächst einmal Zuschauer, Bambuli 1907, alles richtig gemacht. Arbeitgeber informiert und mehr ist nicht zu tun, solange man im Krankenhaus ist. Alles okay. Man kann doch gar nichts weitermachen. Man muss nicht am Krankenbett jetzt hier irgendwelche Tätigkeiten erbringen. Und der Arbeitgeber will es ja auch gar nicht. Also arbeitsrechtlich gibt es ja hier kein Problem. So, jetzt sagt der Betriebsrat irgendwas von BEM. Aus meiner Sicht auch noch viel zu früh. Ein BEM ist momentan gar nicht durchführbar sinnvoll. Dazu einfach informieren, sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsrat, wenn das nochmal aufkommt. Also den Betriebsrat, solange der Arbeitgeber das nicht fordert, kann der Betriebsrat erzählen, was er will aus meiner Sicht. Dem sagt man einfach, ich würde sagen, hakt es noch, Leute. Man will den ja auf seiner Seite behalten, also schon freundlich bleiben, aber das ist unmöglich in so einer Situation. Jedenfalls, wenn der Arbeitgeber, und das ist jetzt der einzige Punkt, wo du aufpassen musst, wenn der Arbeitgeber jetzt sagt BEM, dann bitte nicht einfach das BEM ablehnen. Denkt immer dran, das BEM ist sicherlich gut für, wenn der Arbeitgeber es nicht böse meint, ja, um das im Unternehmen alles zu erleichtern. Aber ich sage mal, was will man da im Moment machen, hier mit dieser Geschichte? Also ich wüsste nicht, wie man jemanden so in der nächsten Zeit einsetzen kann. Ja, das kann man außerdem auch informell regeln. Ein BEM ist für Arbeitnehmer nicht ungefährlich, denn wenn man sich dort falsch verhält, der Arbeitgeber jetzt vielleicht irgendwie Dinge in den falschen Hals bekommt, Informationen bekommt, die er nicht haben soll, dann kann das tatsächlich zum Problem werden. Der Frage, bzw. dem Kommentar hier entnehme ich ja, dass hier dem Arbeitgeber schon Kenntnisse gegeben wurden. Also der weiß ja schon, was du hast. Es ist aus meiner Sicht auch kein Problem, weil die Prognose, das ist ein Unfall, ja. Die Prognosen bei sowas sind eigentlich gut. Also dass da eine Kündigung droht, unwahrscheinlich. Zum BEM jetzt abschließend folgendes. Ich würde das BEM so lange wie möglich hinausschieben. Ich würde es auf keinen Fall verweigern, also immer sagen, ja, aber im Moment noch so viel Schmerzen, das vom Arzt oder von der Unfallklinik nochmal bestätigen lassen. Und dann dürfte das kein Problem sein, das zu schieben. Wenn es nicht mehr zu schieben geht, dann hingehen. Ich würde dann nur das kundtun, was der Arzt sagt, was an meinem Arbeitsplatz sich ändern sollte, damit ich da besser zurechtkomme. Ja, vielleicht Hamburger Modell oder ähnliche Sachen, wenn es dann dir ein bisschen besser geht. Und über so eine Sache reden. Ich würde nicht weitere Informationen über meinen Gesundheitszustand geben, wenn ich nicht 100% sicher bin, der Arbeitgeber will mir nichts Böses, ja. Im Moment sieht es sehr gut aus, aber das kann sich ja ändern. Deswegen Vorsicht, ja. Ich kann einfach hier nur als arbeitsrechtlichen Rat sagen, niemals im BEM Dinge aus der eigenen Erkrankung preisgeben. Nur sagen, was am Arbeitsplatz geändert sein müsste, damit man entweder nicht nochmal krank wird, damit die Krankheit nicht länger dauert, damit man schneller gesund wird oder vielleicht sogar schon in dem Fall jetzt hier vorzeitig arbeitsfähig wird. Sollte das alles schieflaufen, nicht klappen, soll es um Kündigung oder Aufhebungsvertrag gehen. Gerne deutschlandweit kostenlos und unverbindlich mit uns telefonieren. Und wenn du selber solche Probleme hast bei der Arbeit, schreib das doch gern in die Kommentare, wie du siehst. Immer wieder beantworte ich auch eure Fragen. Und damit ihr am Ball bleibt, müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren. Ich freue mich darüber.